hallo fabian ja du hast erstens gefragt warum haben wir dich abonniert ja ich meine ich war nun eine der ersten die nun deine blogs so kennengelernt hat und so und dann ist es ja klar dass ich dich nun auch abonniere und so sieht man mich? ja ok und naja ich habe dir ja auch so ein bisschen terror gemacht und so und das weißt du ja alles was du da schon durchmachen musstest ja deswegen habe ich dich abonniert außerdem finde ich dich cool und so und zum zweiten was ich schon immer mal über dich wissen wollte ist warum fährst du auf die zweite mit und nicht auf die erste wie sollen wir jetzt einen tanzkurs machen und drittens was ist ein oimoi ich hoffe du kannst mir die fragen schnell beantworten wir sehen uns dann auf der ersten